Für englische Subtitles, push the Subtitles-Button Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge Mein Intro-Tierchen, heute eine Bergkönigsnatter Lampropeltis Pyromelana Die Lampropelten sind in den letzten Jahren ins Hintertreffen geraten Früher war so eine Pyromelana ein Klassiker, der zumindest in keinem Reptilienhandel fehlen durfte Die Lampropelten wurden ja eine Zeit lang viel gezüchtet Die letzten Jahre sind schon fast die Ausnahme Ich bin froh, wenn ich ab und zu mal was Lampropeltenmäßiges reinkriege Wunderschöne Tiere, tolle Größe, das ist ein ausgewachsenes Weibchen hier Ich glaube vierjährig, wenn ich es richtig im Kopf habe Also tolles Terrarientier fressen, problemlos Mäuse Von dem her wundere ich mich, wieso die die letzten Jahre so ein bisschen untergegangen sind Und deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch Heute möchte ich euch mein neustes Königspython-Zuchtprojekt vorstellen Das geht um Patternless Königspythons Wenn ihr mal schaut, Patternless, seit fast 20 Jahren haben die Barkers Patternless Tiere Oder zumindest ein Tier In meinem Buch ist es ganz gut beschrieben, wenn ihr schaut unter Rezessive Morphen Ziemlich hinten Patternless Da findet ihr was über die Tiere von der Tracy Barker Der Ralf Davis hat meines Wissens aus Afrika mal ein Patternless bekommen vor vielen Jahren Auch davon hat man nicht mehr allzu viel gehört Also es gibt den Patternless Königspythons seit bestimmt schon 20 Jahren Aber komischerweise wird fast nichts damit gezüchtet, eigentlich eigenartig Jetzt durch Zufall, mich hat jemand angeschrieben, der so ein Projekt mit Patternless hatte Der das Projekt verkaufen wollte, weil er einfach insgesamt von den Schlangen weg geht Sich mehr auf die Varanhaltung spezialisieren will Und so bin ich zu diesem Projekt gekommen Und das ganze Projekt geht zurück auf dieses Tier Das ist ein Afrika Oddball Der Kunde hat den von mir gekauft Der ist vom Jahr 2010 Hat er das Tier gekauft, so sah der aus Was ein bisschen auffällt ist vielleicht die Streifenzeichnung Die man hier so sieht Er ist nicht durchgehend gestreift, aber er hat so ein paar Streifen drin Von der Färbung her ist er auch ein bisschen anders Der Kopf ist ein bisschen heller würde ich sagen Die Flanken insgesamt bräunlicher Ist einfach so wie ein klassischer Oddball aus Afrika Wo man mal probieren kann was darin steckt Das hat der gemacht Der hat das Tier verpaart Am Anfang hat er es erstmal mit einem Fire verpaart Als Jungtier war er noch klein heller Da hat er sich wahrscheinlich gedacht Na ja, vielleicht geht es in die Feierrichtung Hat er es mit einem Fire verpaart Und dann kam das Tier raus, das ich euch jetzt gleich zeigen werde Der Manuel hieß er by the way Der den von mir gekauft hat Also hier habe ich nochmal dieses Ur-Afrika-Tier Hat das Weibchen eben groß gefüttert Hat es mit einem Feiermännchen verpaart Wie eben gerade schon gesagt Und herausgekommen ist unter anderem so ein Tier Wenn wir die jetzt nebeneinander halten Also ich würde sagen die sehen relativ identisch aus Von der Optik her Auch die Nachzucht hat diese starke Streifenzeichnung Gerade hier vorne am Hals auch Sieht nicht übermäßig spektakulär aus Das gleiche Dann kam nochmal ein Tier Da steckt noch ein Fire noch mit drin Der ist einfach noch ein bisschen heller wie dieser Man sieht den Fire vielleicht ein bisschen raus Und das war es Erstmal mit der Fire-Verpaarung Kamen Tiere in der Art raus Ich denke mir der Manuel wird etwas enttäuscht gewesen sein Und wird sich gedacht haben Naja man sieht das bisschen was drinsteckt Die Babys sehen wenig anders aus Aber halt auch nicht irgendwie wahnsinnig spektakulär Also das war sein erstes Ergebnis Dann ist er hingegangen und hat eins der Nachzuchten In dem Fall ein Männchen Mit diesem Afrika-Ott rückverpaart Also wenn man so ein neues Projekt macht Rückverpaarung ist immer der zweite Schritt sozusagen Und hat die miteinander verpaart Und ich zeige euch was dann raus kam Herausgekommen bei der Verpaarung Sind zwei von diesen Tieren Also optisch sehen die aus wie diese Patternless Wie man sie so kennt Wenn man sich den Barker Patternless anschaut Oder den Ralph Davis Patternless Die sehen eigentlich so aus Man hat so einen leichten Strich auf dem Rücken Auch bei den anderen Patternless Aber insgesamt Patternless übersetzt heißt ja zeichnungslos Also man bekommt einen fast einfarbigen Königspython Von der Zeichnung nichts zu sehen Wie gesagt daher der Name Patternless Und zwei dieser Patternless Tiere kamen bei der Verpaarung raus Ihr könnt euch auch mal noch ein Foto einblenden Von dem ganzen Gelege was dabei rauskam Also es waren zwei Patternless Der eine Classic Farbe das ist der hier Der andere ist wohl Patternless Fire würde ich sagen Der ist gleich ein wenig heller Da hat sich wohl das Fire-Gen co-dominant mitvererbt Und dann gibt es noch diverse Geschwistertiere Ich denke mir der Manuel hat sich bestimmt gefreut Über das Ergebnis, weil damit hat er nicht gerechnet Und es ist auf jeden Fall ein toller Erfolg Wenn man aus so einem Afrika-Ott so was hier rauskriegt Was es so weit bis jetzt auch noch nicht gibt Die Frage ist jetzt natürlich was Oder was ist es genau Oder wie ist es Patternless wie die Tiere Die ich vorher erwähnt habe, die es schon gibt Barker-Davis Ist es was anderes Das ist das was man noch bei der Sache rausfinden muss Ich nenne die Geschichte jetzt einfach mal Patternless X Einfach ein X dazu Was die Kompatibilität anbetrifft Nicht geprüfte Patternless Art Deswegen einfach Patternless X Mit dem X hört sich immer spannend an Aber man kann es auch klar dagegen abgrenzen Das Projekt ging noch gleich ein bisschen weiter Er hat dann den Patternless In dem Fall, ich habe hier das Weibchen Das war natürlich auch Glück Da kam ein Weibchen, ein Männchen dabei raus Ich habe hier das Weibchen Er hat das Männchen verpaart mit einem Cinnamon Und dann sind ihm leider dummerweise die Eier Überwiegend abgestorben bei der Verpaarung Allerdings ein Ei hat es bis fast vor dem Schlupf geschafft Ist dann auch vor dem Schlupf abgestorben Er hat das Ei aufgemacht und es kam ein ganz schwarzes Tier heraus Also dieser Patternless X mit Cinnamon Gab ein ganz schwarzes Tier eigentlich ähnlich einem Super Cinnamon von der Optik Wobei hier meiner Meinung nach Kann kein Cinnamon drinstecken Oder wenn man die Verpaarung zurückverfolgt Hat ja nirgends Cinnamon drinsteckt Deswegen Super Cinnamon schwer vorstellbar Ob da so etwas wie ein Super Cinnamon rauskommt Das Foto können wir auch noch einblenden von dem Totentier So hat der dann ausgesehen Also das wäre natürlich Oder das ist noch so ein kleiner Vielleicht eine kleine Hoffnung Oder ein kleiner Ausblick Beziehungsweise das ist etwas Was ich auf jeden Fall dieses Jahr auch probieren werde Mit dem Männchen Das Männchen werde ich mit Cinnamon verpaaren Gucken was da dabei rauskommt Ob da wirklich so etwas Dunkles wie Super Cinnamon rauskommt Bin ich auch mal gespannt Insgesamt noch zu dem Projekt Ja noch zwei wichtige Dinge Die eine Sache Es gibt Genetics Tribe Königspyther Und wisst ihr natürlich dass es Genetics Tribe gibt Ne was ich sagen will Es gibt auch ein Patternless Projekt aus Österreich Da hat aus Österreich jemand Patternless Tiere Die sind wohl kompatibel mit Genetics Tribe Klar wenn man den Patternless anguckt Er hat ja auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Genetics Tribe Also dazu ist es naheliegend Ich fahr ein paar Mal so ein Patternless mit Genetics Tribe Und guck was dann passiert Der Genetics Tribe hat ja einfach noch eine Deutlichere Streifenzeichnung im Vergleich zu dem Patternless Also diese österreichische Linie soll kompatibel mit Genetics Tribe sein Wenn man die miteinander verpaart kommen Tiere heraus Die entweder Patternless sind bzw. Genetics Tribe sind Oder ein bisschen was zwischendrin Das ist auf jeden Fall auch etwas was ich diese Saison ausprobieren will Mit dem Männchen, mit einem Genetics Tribe Weibchen verpaaren Und gucken was dabei rauskommt Ebenfalls nochmal eine spannende Sache Ehrlich gesagt fände ich es ein bisschen schade Wenn es mit Genetics Tribe kompatibel ist Aber ich muss es und will es ausprobieren Mal gucken was dann passiert Die zweite Sache zu guter Letzt Die Insider von euch Die jetzt das alles hören und auch schon vorherige Folgen sehen werden Vielleicht an den BB Ball zurückdenken Oder wenn ich jetzt gerade sogar was Schwarzes erwähnt habe Selbst in dem Moment, wo ich schwarz gesagt habe Musste ich ein bisschen in mich rein grinsen Jetzt ist halt die Frage, inwieweit kann man jemand glauben Der so ein Projekt verkauft, dass das soweit alles stimmt Der Manuel, von dem ich gekauft habe, lebt hier in Deutschland Ist wirklich ein ganz solider, seriöser Züchter Allein vom Typ her glaube ich nicht, dass er da irgendwie schwindelt Das zweite, solche Tiere wie den hier Wie gesagt, den gibt es in dem Sinne gar nicht Beziehungsweise der gibt es eben von den Pattern Es ist ein paar wenige auf der Welt Wo soll er die her haben? Er hat es relativ klar dokumentiert mit den Fotos Wie gesagt, das dunkle Tier im Ei Oder diese Patternless X, wo sie geschlüpft sind Also er hat es relativ klar dokumentiert Also von dem her halte ich die ganze Sache für absolut seriös Wieso er die Sache hergibt, hat mich auch ein bisschen gewundert Habe ich ihn auch gefragt Wie gesagt, er sagt, er will sich mehr den Baranen widmen Er hat auch eine ordentliche Stange Geld von mir gekriegt Das Ganze hat zumindest im niedrigen 5-stelligen Bereich gekostet Also ist es doch auch einiges Geld, was da geflossen ist Worüber er sich bestimmt auch gefreut hat Von dem her, ich glaube an das Projekt Ich bin echt super gespannt drauf Das Tolle und Coole ist, dass ich dieses Jahr schon damit züchten kann Ich kann schon viel ausprobieren Ich werde Verpaarung machen Auf jeden Fall das mit dem Cinnamon, wie ich vorher gesagt habe Ich werde es mit Genetics Tribe probieren Und ich werde die Tiere natürlich untereinander nochmal verpaaren Um mehr Patternless X zu kriegen Und Genetics Tribe habe ich glaube gerade erwähnt Genau die Abgrenzung gegen Genetics Tribe werde ich auf jeden Fall auch probieren Das sind alles Sachen, wo ich... Jetzt ist ja noch Schluss der Zuchtsaison Also es reicht noch genau für diese Saison Ich denke bis in einem guten halben Jahr werde ich euch berichten können Was dabei rauskam Ich freue mich riesig drauf, bin riesig gespannt drauf Was dabei rauskommt Und ihr werdet es erfahren Die ReptilTV Filme sollen euch unterhalten Aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen Sollen eure Fragen beantworten Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch Oder etwas an euch weitergeben Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen Ihr wisst es in YouTube Abo ist die Macht des YouTubes Also lasst mir bitte ein Abo da Wenn ihr Terroristik Produkte beziehen wollt Ich habe einen Onlineshop, davon lebe ich Also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video Oder das letzte Video Da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt Und bleibt mir dabei